Hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Eposychologe und so weiter und so fort. Mit meinem Videoblog, falls ihr euch für meine Körpertherapie in Berlin interessiert, haut mal rein mit einer Anmeldung, wir müssen das jetzt mal schnell alles eintüten, sag ich mal. Ich packe den Link hier nochmal drunter, sonst war es auf meiner Webseite auch unter Ausbildung zu finden. Oh, gerade ein bisschen geturnt, muss ich wieder Physiotherapie machen, aber man ey, naja, egal. So, Thema heute ist, ich werde ständig angesprochen, ja, auch das Problem gibt es. Und wenn du solche Fragen stellen willst, kannst du ein Formular auf liebeschip.de machen. So, und zwar von der lieben Wintovkula. Warum schreiben wir nur Rosen? Keiner weiß es. So, ich werde sehr viel angesprochen. Die Männer sind wirklich weird und ich habe Angst, aus dem Haus zu gehen. Also ich, auch wenn ich das jetzt ein bisschen lustig gesagt habe, ich verstehe das absolut das Anliegen hier in dieser E-Mail. Kann ich mir euch vorstellen, was wir jetzt gleich hören, dass das sehr unangenehm ist. Hallo Christian und Freundin. Ich habe mal eine etwas andere Frage beziehungsweise Situation, klingt wahrscheinlich etwas strange und bescheuert. Mein ist aber sehr ernst und ich hoffe, ihr könnt das auch ernst nehmen. Ja, so, absolut. Ich würde mich total über eine Antwort im Video freuen. Kontext, ich bin 30 weiblich und ich werde so oft von Männern angesprochen. Gefühlt fast jedes Mal, wenn ich draußen bin. Wurde bestimmt schon an die tausend Mal angesprochen, manchmal mehrmals täglich. Ja, also scheinbar sieht es so ganz gut aus. Aber ich vermute mal, es liegt nicht nur daran, aber da kommen wir gleich noch zu. Es ist auch schon vorgekommen, dass wenn ich eine Zugfahrt mit drei Umstiegen hatte, dass ich in jedem Zug von neun angesprochen wurde. Ich werde wirklich überall angesprochen, im Supermarkt, auf der Straße, im Laden. Selbst wenn ich auf dem Fahrrad fahre, da auch wirklich oft. Gestern war ich da auf dem Weg zu einem Date mit einem anderen, mit einem, der mich angesprochen hatte. Und auf dem Weg dahin wurde ich von einem anderen Mann angesprochen. Das war mir super unangenehm und zum Glück war er weg, bevor mein Date gekommen ist. Das wäre mir sonst so unangenehm gewesen, weil es auf mein Date illoyal oder unseriös wirken könnte. Du kannst ja nichts dafür erstmal, ne? Das eigentliche Date war ganz gut, aber leider nimmt das Date Drogen, raucht und trinkt viel Alk. Gut, anderes Thema, aber nichts für mich. Natürlich an sich super schön angesprochen zu werden, aber ich belasse das auch ziemlich. Trotzdem würde ich das irgendwie auch das Positive daran sehen, weil, wenn man irgendwann nicht mehr angesprochen wird, vermisst man es ziemlich. Die Wahrheit ist nämlich, dass der Großteil, der mich anspricht, einfach weird ist. Leute, die Pickup-Artist sind und einfach viel ansprechen wollen, um irgendeinen komischen Score zu erhöhen. Leute, die übergriffig und gefährlich sind, beispielsweise kein Nein akzeptieren und nicht locker lassen. Leute, die Migrationshintergrund haben und kaum Deutsch oder Englisch sprechen und vielleicht einfach unintegriert und einsam sind. Ja, das ist echt, glaube ich, glaube ich sofort, dass das ein Problem ist. Einfach Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Gut, aber auch ein anderes Thema. Natürlich ist es okay, kann man so einfach nicht vernünftig kommunizieren. Und andererseits will ich ja nicht jemandens Einsamkeit und Verlassenheit stopfen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich bin ja keine Sozialstation. Tatsächlich sind die meisten, die mich ansprechen, mit Migrationshintergrund. Also wenn ich zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob ihr auch so Erfahrungen habt, schreibt es gerne mal rein. Was vielleicht für dich interessant ist, wegen Polarität. Okay, denn ich werde so oft von Männern angesprochen und angeflirt, die deutlich älter sind als ich und auch noch eine eigene Partnerin haben. Okay, das ist wirklich weird. Aber gut, dass Männer, egal welchen Altes, gewisse Präferenz haben. Also rein von der Optik her, ob das jetzt von der Persönlichkeit her eine gute Idee ist. Aber zu etwas jüngeren Frauen, trotzdem trauen sich das die meisten nicht, ist schon erstaunlich. Er stößt mich richtig ab oder von Leuten, die aber verrückt sind. Ich wurde öfter verfolgt. Männer, mit denen ich nur kurz geredet habe, haben mich einfach berührt. Meine Hand genommen, versucht mich zu küssen. Einer hat mich auch einfach an sich gedrückt und auf den Mund getöst. Er war deutlich größer und stärker. Das ist dann gar nicht mehr schön und lustig, sondern macht mir einfach Angst. Da muss man Eindrucken, dass die Männer, die Frauen eher ansprechen, tendenziell antisozial oder anders irgendwie strange drauf sind. Und die besten Erfahrungen habe ich eher damit gemacht, wenn ich casual irgendwo angesprochen habe, ohne Flirtintention und dann sonst Gespräche kommen bin. Naja, ich sage ja sowieso immer, auf die Männer zu gehen, die so super gut im Ansprechen sind, kann, genau, das kann man so ein bisschen auf so Ego-Männer stoßen. Ähm, also ist zwar irgendwie schön, für viele Frauen angesprochen zu werden, aber die das so super lässig machen, die machen es halt auch ständig. Die will man vielleicht auch nicht unbedingt daten und, naja, also verstehe ich schon. Ähm. Außerdem frage ich mich öfter, ob irgendwas mit mir falsch ist, dass ich so oft angesprochen werde, vor allem von so Weirdos. Mich haben manchmal auch schon Leute gefragt, ob sie Fotos von mir machen können oder einfach Fotos von mir gemacht. Ich bin keine Influencer oder so, irgendwie bekannt, sondern ganz normale Privatpersonen. Äh, ich wurde auch beispielsweise schon zweimal von Leuten angesprochen, ob sie meine Achse machen würden. Leute, ey, die Welt ist aber auch irgendwie so kaputt, ey, ich weiß nicht, die ist so kaputt, ey, ich weiß auch nicht, ey. Alter, ey, Leute, was habt ihr für Themen, ey? Also die, solche Fotos haben wollen, ey. Äh, die hatten so einen Fetisch, ich konnte eigentlich, ich könnte ein Buch drüber schreiben, immer seltsame oder auch gefährliche Leute, die mich angesprochen haben. Ähm, so, jetzt geht das alles noch ein bisschen weiter, habe eine Angst entwickelt, rauszugehen, gehe eigentlich total gerne raus. Ziemlich null aufreizend an, Air-Jogging-Hose, keine Schminke oder High-Heels, derzauste Haare. Ähm, unrasierte Achse, offensichtlich, bin Air-Typ, natürlich süß, lieb als Sexy, femme fatale. Ähm, gut. Deine Freundinnen sind traurig, wenn sie nicht so viel angesprochen werde. Ähm. Ich habe männliche Freunde, aber, äh, jeder will was von mir, ja, glaube ich. Ähm. Wirken andere Frauen vielleicht seriöser oder vielleicht ist das auch Quatsch, brauche ich auf jeden Fall bessere Grenzen, denke ich, würde mich wirklich sehr über deine Einschätzung freuen. Ähm, gut. Ähm, also es gibt ja Leute, die gut aussehen und nie angesprochen werden. Äh, es gibt Leute wie du, äh, das ist natürlich, also habe ich jetzt so auch noch nicht gehört, das ist natürlich sehr extrem. Ähm, es gibt ja sowas wie, wie eine Aura, sage ich mal, ne? Ähm, und, äh, also das ist zumindest meine Meinung ist jetzt, glaube ich jetzt nicht, dass das schon alles so belegt ist, aber, ähm, und die Aura wirkt sehr stark auf andere Menschen. Und du kannst halt eine Aura haben, äh, wo Menschen das Gefühl haben, oh Gott, ich darf, darf ich bloß nicht, also auch ein bisschen Körpersprache, ne? Also wenn du halt, ähm, so einen geschlossenen Gesichtsausdruck hast, Männer nicht in die Augen guckst, äh, grimmigen Gesichtsausdruck, ähm, wird man halt auch nicht so leicht angesprochen, äh, machen viele so automatisch. Und du kannst aber auch, ähm, ich will jetzt nicht sagen eine geöffnete Aura haben, sondern eine Aura haben mit Löchern, wo Leute irgendwie keine, ähm, Grenzen wahrnehmen. Also das ist jetzt nochmal so zum drüber nachdenken. Ähm, was kannst du da machen? Du kannst halt immer so visualisieren, oder, also, wenn du draußen rumgehst, äh, ich sage immer, für Leute, die angesprochen werden wollen, sage ich immer innerlich so ein Ja zu sagen. Ja, du kannst mich ansprechen. Und du solltest mal üben, mit so einem innerlichen Nein durch die Stadt zu gehen, ne? Nein, nein, meine, meine Aura ist geschlossen, meine Grenzen sind geschlossen. Das würde ich mal ausprobieren, kannst du mir gerne nochmal schreiben. Und, äh, vielleicht wirklich auch so dir vorzustellen, äh, weiß ich nicht, du bist in so einer, unsichtbaren Schutzhaut, oder um dich herum ist ein Wasserfall, also, oder irgendwie so ein Raumfahreranzug, äh, den man nicht sieht, den aber andere wahrnehmen. Also so, so mental, mentalisieren, dass da so eine Mauer um dich rum ist, und dass deine Aura total geschlossen ist. Das wäre übrigens auch was für die Körper, äh, Therapie, ähm, Fortbildung, weil da werden wir definitiv auch erschließen, machen vielleicht auch was für dich. Äh, da gibt's eine tolle Übung, ähm, das gibt's also Körpertherapie ist sowieso der absolute Wahnsinn, das ist einfach Next Level, ähm, also, ähm, ja, gibt's tatsächlich, das könnte ich mir vorstellen, ähm, ansonsten, äh, schon, ähm, eine Mail jenseits zu dem, was man sonst so kriegt. Vielleicht habt ihr in den Kommentaren ja auch noch Ideen dazu, ähm, ich frag mal, Alin, Alin, hier, du wurdest ja auch angesprochen, kannst du mal deinen Senf dazugeben? Äh, wenn eine Frau wird ständig angesprochen, also von allen möglichen Leuten, und jeden Tag dreimal, und, äh, ganz viel mit Migrationshintergrund, und aber egal, und, äh, und sie nervt das total, was sagst du dazu sagen, als Frau. Oh Gott. Ja, eigentlich, klar, jetzt, wahrscheinlich würde man jetzt sagen, ähm, guck grimmig und, und unfreundlich. Ja, hab ich auch schon gesagt. Aber finde ich eigentlich falsch, weil warum, warum? Ja, ist ja, ist ja zu viel. Also muss ich meine Persönlichkeit ändern, also wenn ich mal kein grimmiger Typ bin, sondern eher so eine offene, nette, positive Ausstrahlung habe, das ist doch total blöd. Oder sich irgendwie, äh, vielleicht auch so eine innere, ich finde, wir würden zwar schon, dass man so eine innere Haltung vielleicht entwickeln muss von, sich so ein bisschen abgrenzen, vielleicht auch mal was abgrenzen. Ja, das hab ich auch gesagt, ja. Echt? Auch mal was abgrenzen, mal was abgrenzen, das vielleicht durchaus auch mal sagen. Ja, das macht sie, glaube ich, ja, das macht sie, glaube ich. Ja, das kannst du natürlich auch üben, noch krasser an Nein sagen. Also alles, was so diese Grenze, diese Mauer stärkt, diese, ähm, deine Aura schließt, sag ich mal, gibt ja auch in der, hab ich auch gerade gesagt, in der Körpertherapie-Fortbildung in der Aura-Schließübung ist mir gerade eingefallen wieder, ne? Ist auch total. Ist das so ein bisschen spirituell? Nee, ist richtig geil. Das ist eine Erlebnisübung, ey. Ist das nicht spirituell? Hä? Ist das nichts Spirituelles? Ja, ist ein bisschen, also Körpertherapie ist da so ein bisschen auf der, auf der Linie, ne? Aber vielleicht ist es schon so, dass man, also ich meine, ich finde es immer total falsch, weil eigentlich ist sie ja nicht die Blöde, sondern die, die so, ähm, die Grenzen nicht respektieren und sie da so, so. Nee, ist ja nicht ihre Schuld. Und sie auf der Karte ansprechen, aber wenn sie es stört, sie kann ja die anderen nicht ändern, sie kann ja nur was überlegen, was sie ändern könnte. Und vielleicht ist es wirklich so, dass man irgendwie mal üben kann, irgendwie körpersprachlich irgendwas üben, womit man eher ausstrahlt, äh, ich nicht anders. Ja, aber würde ich auch sagen, für diese Kultur, die da vielleicht gerade in Deutschland herrscht, äh, und was sich da verändert hat, da kannst du gar nichts. Und das finde ich auch ein bisschen, ähm, schwierig, sag ich mal so. Naja, was denkt ihr dazu? Macht die folgenden Kurse, ähm, meldet euch an für meinen Newsletter. Es könnte diese Woche eine Menge Sinn machen, sag ich mal so. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben. Ciao, ihr Lieben.